Ich seh euch. Hi, die geile Bahnwurst. Willkommen, Ring. Nein! Au! Verdammt! ...bei Teddygun! Mit dabei sind! Nur bei Teddygun? Teddygun? Hi! Du, Stevie! Ich fühl mich benachteilig, das ist nur bei Teddygun. Dann der liebe Willi. Der hier so stillschweigend... Ich bin tot, ich darf nicht reden. Und der ist doch noch nicht mehr freigegeben, Alter. Ich bin runtergefahren. Und der liebe Dark Q. Und der Ringer. Und der Ringer. Hallo. Die Mapp ist freigegeben. Irgendeiner ist schon wieder gestorben. Wir fahren weiter hier. Los! Ach, müssen wir das anschieben? Nee, man darf es nur nicht anhalten. Man darf nicht gegenlaufen. Guck mal, wir werden jetzt gleich gekillt von Yvonne. Nein, Yvonne! Jetzt läuft die hier gegen, ich glaub das nicht. Ich hab die nämlich grad noch gesehen. Ja, die ist bei uns. Ich fahr'n. Alter! Das ist mir zu blöd, ich lauf' jetzt. Alter! Guten Tag, Ringer. Wir fahren hier mal ne Röntgen. Guten Tag, Stevie! Fahren wir mal so ne Röntgen, ne? Ist das creepy? Du hast keine Waffe in der Hand? Nicht? Wieso hab ich denn keine Waffe in der Hand? Mhm. F**k! Ivi. Nein. Wie war das denn nicht angefangen gehabt? Doch. Genau zu dem Tag, wo du es sagst. Nein. Wurz dir vorher abgeschossen. Herzlich Willkommen zu Teddy Gunn, das war gut, das war echt gut. Alter, wieso du jetzt auch noch? Wieso du jetzt auch noch Birne? Ist das jetzt dein Ernst? Was, Birne? Ich habe gestern, ich habe die Tage schon bei mir eine Birne ausgetauscht, weil die durch war und jetzt fängt die andere auch noch an. Ich glaube, dass deine Birne durch ist. Du, das kann sein, dass deine Lampe kaputt geht. Nein, da sind zwei Birnen drin und ich habe davon nur eine ausgetauscht. Ich konnte ja nicht ahnen, dass die zweite jetzt auch noch den Geist aufgibt, konnte ich ja nicht ahnen. Ja, das nicht. Ich bin gespannt, ob jetzt noch in der Aufnahme irgendwann das Licht aussieht und ich einen dunklen Facecam habe. Oder mal gucken. Wenn ich tot bin, ist es schon mal was von Softbox gehört. Von welchem Geld? Selbst bauen. Warum bist du ja nicht so still? Ich weiß, kann. Aha! So 250 Watt Birne, ein bisschen Papier drüber. Und wenn es erstmal schön bei dir, dann ist es auch well. Ich bin nötig, dass du mir in den Rücken schießt. Ich? Geht ruhig in eine andere Richtung. Obst du dich entscheiden? Obst du dich entscheiden, du bist? Bist du nicht schießen? Du weißt, dass du in der Hand habt, ne? Ja ich weiß. ja du gehst mir ein bisschen um den senkel so oft wie du gerade an mir herumgemerzt willst du denn jetzt mit einem golden eagle diese map ja diese map cool ja 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 lebt ihr noch ok Yvonne und Stevie sind tot das ging mal schnell da lebt ja noch alles ich auch ja toll da ist jemand hi dog ah du bist ein traitor von daher obwohl du lächst weg von mir das macht dich nicht verdächtig alter kannst du mal in eine andere Richtung gehen bitte oh ne vertraut teddy was ich weiß aber nicht ob das wirklich gut war daddy fuck fuck hehehe halt fuck ja ich vertraue nie wieder teddy ich habe niemanden gesehen in dieser runde außer aus Prinzip würde ich das niemals machen ja außer ich wohne wahrscheinlich ja ich weiß das höre ich öfter auch nicht ich will damit nichts zu tun haben ich will damit nichts zu tun haben da liegt eine Katze unten raus das ist spannend du 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 oh cool das schenk ich dir das ist aber nett concentrations ja innocent in Store ider ist detective haft Mon ja holy yeah das sind die ziel im 아� Ich will hier weg. Der will mich nicht. Ringert, er ist böse. Ich hab noch ein bisschen Angst. Frau Färter, zahl nicht weiter. Jetzt da. Geh weg. Geh weg. Weil ich dich nicht mag. Geh weg. Komm doch her. Ich seh euch. Nein. Verdammt. Möchte ich nicht. Pfff. Peng, 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 peng. Oh. Was? Peng, 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 peng. Hilfe? Oh. Bild kaputt gemacht. Lol, da kommt gar nicht runter. Aua. Ich will da wieder rein. Geh da. Nein. Geh da. Da tut er? Geh da. Hm? Schade. What the fuck? Stark. Tut mir leid. Ich war der einzige. Ich war der einzige. Geh weg. Eine kleine dunkle Ecke. Oh ja. Geil. So. Nehmen wir die Waffe. Nein. Ja, 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 ja. Ah, klar. Welcome. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die Waffe. Die Waffe. Die Geschichte von der Bahn. Die Geschichte von der Bahn. Ja, die erzählen da was. Wenn man drin sitzt. War auf Englisch, aber ich verstehe es. Das ist eine Geschichtsrunde mit Willi. Und damit ist die Facecam jetzt dunkler. Denomiert ist die Birne durch. Deine Birne? Ja. Gruseliges Gesicht. Dunkler Hintergrund. Ach, schau. War das eigentlich die andere Map mit dem blöden Pulli und den Viechern da drin? Ja. Das ist ein Nightmare Church dann. Ich bin von irgendwen angegriffen worden. Ich hab die nichts von der Seite gesehen. Gehört habe ich. Ich bin der Geistermann. Lass mich in Ruhe. Ach da. Nein. Stevie war... Was ist denn? Nein. Ich glaube das ist Agnes. Warte. Agnes war runtergefallen. Alter. Bist du immer noch? Ja ja. Hör zu. Spannend. Achso. Achso. Hörst du? Äh. Gehst du? Äh da. Scheiße man. Kack Trickswagen. Boah. Alter. Alter. Das war knapp. Ja. Habe ich da eigenen Bumerang noch. Das krasse ist ja als ich Tennis gewartet und leckte bei mir kurz genau das Spiel, deswegen konnte ich nicht so schnell reagieren. Ah ja. Jetzt ist es wieder relax. Was habt ihr da hinten gemacht? Ihr wart doch noch glaube ich zu viert oder so und auf einmal alle tot. Ja also ich habe Yvonne gekillt, ich habe glaube ich Ringer gekillt, ich habe Teddy mit der Märzucher gekillt. Ach hier hinten? Ach du. Was ist hier passiert? Holy shit. Ich habe halt wieder keine Sau getroffen. Und während Yvonne tot ist, hat sie dann mal eben kurz gesagt, dass wir nochmal kurz geredet, war auch cool. Ja, weil ich dachte ich hätte den anderen erschossen. Hä? Ja. Weil ich ihn richtig beschossen habe. Confused? Traum dir nicht. Ich auf mich. Guten Tag. Guten Tag. Was ist denn hier los? Warum guckst du das da an? Ich kann mal zu dir, ich will das mal aufgucken. Okay. Brutzel, brutzel, brutzel. Nein! Wer wird nämlich schon angreifen? Dann bist du es. Wenn du es jetzt nicht bist, ne? Du hast mich nämlich runterschiebt. Ja, genau. Aber schopst mich. Boah, nee. Schopst mich aber dann runter, Arsch. Hallo, Dete. Hallo, Dete. Kümmer dich auf Stevie. Da hat jemand gekillt. Jawoll. Ich hab keine Runde mehr. Das ist unfair. Das ist Unf. Nächstes Mal sag lieber einen Namen anstatt Unf. Ach, Gott. Oh, das gibt es nicht. Oh, Junge. Mann, ich hab nicht mehr. Mann, ich hab nicht mehr. Mann, ich hab nicht mehr. Ach, Stevie, was? Oh, Gott. Nein. Wer lebt jetzt eigentlich noch? Ja, Yvonne, ne? Loll. Das war blöd. Yvonne, wo bist du? Du Meri, ich mag dich darin. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Verrate ich nicht? Verrate ich nicht? Das ist mir egal. Ich tue dich trotzdem. Hoff ich. Ja, kommt ja. Ja, kommt ja. Ja, kommt ja. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Willkommen. Das war's. Da-dam. Da-dam. Da-da-da-da-da-da-da, da-da-dam. Ja, nicht Holla Mannalo. Mann, hatte der viele Frauen. 34 gestorben, 35, 36, 37, 38, 39. Mann. Cool. Cooles Timing. Irgendwann steppt Yvonne. Ja, die hat es gefunden. Die Zeit ist auf meiner Seite. Ist klar, Willi. Alter. Ja, was? Malen Launch auf dem Boden, Mann. Absatz 6 auch noch. Ja, ja. Tja, Yvonne, ne? Was? Auf, Modi. Ähm, was war es mit dieser Runde? Bei Teddy Gunn. Von Teddy Gunn. Mit Teddy Gunn. Dann sage ich euch noch allen Tschüss und die anderen sagen jetzt auch Tschüss. Tschau, Teddy Gunn. Das war es mit Teddy Gunn.